So Leute, jetzt befinde ich mich auf jeden Fall dort, wo ich hergekommen bin. Eigentlich war ja geplant, dass ich an dieser Haltestelle filme, aber da waren mir zu viele Leute, das wollte ich jetzt nicht machen. Und ja, ich befinde mich jetzt hier an meinem Fahrrad, werde auch gleich nach Hause radeln. Dann ziehe ich mich um, also sprich ich ziehe die Klamotten aus, die ich jetzt dann habe und ziehe meine Jogginghose und mein T-Shirt an, weil es ist echt unbequem in diesen Klamotten und heiß ist mir auch. Ich schwöre Leute, ich habe ein Talent und zwar dann zu schwitzen, wenn es die anderen richtig kalt finden. Wenn es dann die anderen auch mal richtig warm finden, dann ist mir natürlich erst recht warm, ist logisch. Und ich schwöre Leute, so bin ich halt und das ist auch glaube ich nur bei mir so. Oder kennt ihr Leute, die auch immer schwitzen? Auf jeden Fall bin ich so einer und ja. Ich radel jetzt nach Hause, wie gesagt, dann ziehe ich mich um und dann sehen wir uns zu Hause wieder. Würde ich mal sagen, bis gleich.